Der SSV Ulm 1846 Fußball ist ein Fußballverein aus dem schwäbischen Ulm. Er entstand 2009 durch die Abspaltung der Fußballabteilung vom Gesamtverein SSV Ulm 1846. Die Vereinsfarben des im Volksmund die Spatzen genannten Klubs sind schwarz und weiß entsprechend der Ulmer Stadtfarben. Der Verein, der als Fußballabteilung des Muttervereins von 1999 bis 2000 in der Bundesliga spielte, muss seit der dritten Insolvenz 2014 wieder in der fünftklassigen Fußball-Oberliga Baden-Württemberg antreten. Geschichte Der SSV Ulm 1846, dem der heutige Verein bis 2009 als Fußballabteilung angehörte, entstand 1970 durch Fusion der beiden Vereine TSG Ulm 1846 und 1. SSV Ulm 1928 Näheres zur Historie und den weiteren Vorgängervereinen findet sich im Artikel zum SSV Ulm 1846. TSG Ulm 1846 Anfang des Jahres 1893 führte ein Ulmer Gymnasiallehrer den Ulmern das Fußballspiel vor. Im November 1894 entstand daraufhin im Privatturnverein Ulm eine Fußballabteilung. Zunächst trug man bis zum Beitritt in den Verband Süddeutscher Fußballvereine im Jahr 1904 nur Privatspiele aus. Am 15. Mai 1909 spalteten sich die Fußballer vom Privatturnverein ab und gründeten den Ulmer FV 1894. Ab 1912 spielte der bereits in dieser Zeit in schwarz-weißer Spielkleidung auflaufende Verein in der A-Klasse. Gegner waren meist bayerische Vereine. Später wurde der Ulmer FV durch einige Jahre in der Gauliga und der Teilnahme am Schammerpokal überregional bekannt. In seinen Reihen spielte der Halbstürmer Erwin Schiedler, der 1937 und 1938 insgesamt vier Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt. Der FV 1894 Ulm, der 1939 mit dem TB 1846 Ulm und der SPV GG Ulm 1889 zur TSG Ulm 1846 fusioniert worden war. Und dann der Nachfolgeverein spielten 1934 bis 1936 und nach dem direkten Wiederaufstieg 1938 bis zum Abbruch der Meisterschaft im März 1945 in der Gauliga. Nach dem Krieg war ein Großteil der Sportstätten zerstört oder von der Besatzungsmacht beschlagnahmt worden. 1946 wurde die TSG Ulm Meister der Landesliga und stieg in die im Jahr zuvor neu geschaffene Oberliga Südauf. Der Verein spielte von 1946 bis 1949 in der Saison 1952-53, von 1958 bis 1961 sowie 1962-63 in der Oberliga und schaffte mehrmals den Aufstieg aus der 2. Division. In der letzten Oberligasaison vor Einführung der Fußball-Bundesliga belegten die Ulmer Platz 8. Sie qualifizierten sich damit für die als Unterbau zur Bundesliga eingerichtete Regionalliga. Der erneuten Zweitklassigkeit in der Regionalliga ab dem Jahr 1963 folgte zwei Jahre später der Abstieg in die 1. Amateurliga. 1967 musste die TSG Ulm, die sich nun anstatt dem Fußball verstärkt dem breiten Sport zuwandte, sogar in die 2. Amateurliga absteigen, ehe 1969 der Wiederaufstieg gelang. Erste SSV Ulm 1928 Der 1924 gegründete SV Schwaben Ulm war zuvor von der B-Klasse bis in die höchste deutsche Fußballklasse aufgestiegen und spielte. Dort gegen Mannschaften wie den 1. FC Nürnberg oder den FC Bayern München bereits vor mehreren tausend Zuschauern. Nach dem Zusammenschluss zum 1. SSV Ulm wurde im Jahr 1930 die Kreisligameisterschaft errungen, 1931 gelang der Aufstieg in die oberste Spielklasse, die Bezirksliga Bayern. 1933 qualifizierte man sich für die neu geschaffene Gauliga Württemberg, der man bis 1942 angehörte und in dieser Zeit zweimal Wiesemeister wurde. In der letzten Saison vor Kriegsende spielte der SSV Ulm erneut in der Gauliga, trug jedoch aufgrund des Krieges nur vier Spiele aus. Ehe der Spielbetrieb im März 1945 eingestellt wurde. Nach Kriegsende startete der 1. SSV Ulm recht erfolgreich und wurde 1946 Vizemeister der Landesliga. Bedingt durch zahlreiche Spielerabgänge stieg man 1949 in die Bezirksklasse, die später in 2. Amateurliga umbenannt wurde, ab. Nach dem Wiederaufstieg in die 1. Amateurliga 1954 wurde man württembergischer Meister, was zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Division berechtigte. Nach dem verpassten Aufstieg errang man 1956 die Wietzenmeisterschaft. 1957 wurde der 1. SSV Ulm württembergischer Pokalsieger. Gründung und erste Jahre des SSV Ulm 1846 der SSV Ulm 1846 resultierte aus dem Zusammenschluss der beiden größten Sportvereine Ulms, der Turn- und Sportgemeinde Ulm 1846 und dem 1. Schwimm- und Sportverein Ulm am 5. Mai 1970. Mit über 8.300 Mitgliedern entstand der damals größte Sportverein Deutschlands. Mit der Fusion der Großvereine erwartete das Umfeld einen raschen Aufstieg. In der ersten Saison 1970 belegte die Mannschaft in der 1. Amateurliga nur Platz 3. In den beiden folgenden Spielzeiten wurde zwar die Meisterschaft gewonnen, aber der Aufstieg verpasst. Die nächsten Jahre bescherten den zweiten, vierten und fünften Rang. 1. 1976-77 sowie 1. 1977-78 war man wieder Meister, schaffte aber den Aufstieg erneut nicht. Zur Saison 1. 1978-79 wurden die Amateurroberligen als Unterbau zur 2. Liga Süddeutschlandweit eingeführt. Als Zusammenschluss der vorher existierenden vier Amateurligen Nordwürttemberg, Schwarzwald-Bodensee, Südbaden und Nordbaden wurde die Oberliga Baden-Württemberg gegründet. Dadurch entfiel die zur Ermittlung des Aufsteigers in die 2. Liga Süd bis dahin notwendige Aufstiegsrunde. Für die neu gegründete Liga qualifizierten sich die jeweils fünf bestplatzierten Mannschaften aus den vier baden-württembergischen Amateurligen, darunter der SSV Ulm 1846 als Vorjahresmeister der 1. Amateurliga Nordwürttemberg. Mit vier Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten SV Göppingen wurde Ulm gleich in der Premieren-Saisonmeister der Oberliga und stieg erstmals in die 2. Bundesliga auf. Der SSV Ulm 1846 startete am 28. Juli 1979 mit einer 0-3-Niederlage bei den Stuttgarter Kickers in seine erste Zweitligasaison. Die Mannschaft fand sich jedoch recht schnell in der neuen Liga zurecht. Sie stand im weiteren Saisonverlauf kein einziges Mal mehr auf einem Abstiegsplatz, am Ende der Saison belegte man Platz 16. 1981 wurde die eingleisige 2. Bundesliga mit 20 Vereinen eingeführt. Hierfür waren neben den Absteigern aus der Bundesliga die jeweils vier erstplatzierten Mannschaften der Nord- und Südstaffel direkt qualifiziert. Die restlichen Teilnehmer wurden über eine sogenannte Platzziffer ermittelt. Diese errechnete sich aus den erreichten Tabellenplätzen der letzten drei Jahre. Da Ulm in der Saison 1978-79 noch in der Oberliga gespielt und 1979-80 lediglich auf Platz 16 abgeschlossen hatte, war die Qualifikation für die eingleisige 2. Bundesliga praktisch nur über das Erreichen des vierten Tabellenplatzes in der Saison 1980-81 möglich. Unter Trainer Jörg Berger setzte sich die Mannschaft in der Rückrunde im vorderen Tabellendrittel fest. Am Saisonende war Platz 4 sogar in greifbarer Nähe, da Ulm durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen den ESV in Gohl statt Ringsee. Bei gleichzeitiger Niederlage der viertplatzierten, jedoch bereits über die Platzziffer für die eingleisige 2. Liga qualifizierten Stuttgarter Kickers an diesen hätte vorbeiziehen können. Die Ulmer gewannen ihr letztes Spiel mit 1 zu 0. Durch das 4 zu 1 der Kickers bei der SPVGG Bayreuth blieb der SSV Ulm 1846 jedoch auf Platz 5, verpasste dadurch die Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga und musste zurück in die Oberliga. In der Spielzeit darauf wurden die Spatzen mit 5 Punkten Vorsprung vor der zweitplatzierten SPVGG 07 Ludwigsburg Meister der Oberliga. Baden-Württemberg, da aufgrund der neu eingeführten eingleisigen 2. Bundesliga für die Meister der 8 Oberligen nur noch 4 Aufstiegsplätze zur Verfügung standen, mussten die Zweitliga-Aufsteiger wieder über eine Aufstiegsrunde ermittelt werden. Als Dritter der Südgruppe scheiterten die Ulmer nur knapp am FSV Frankfurt und dem punktgleichen FC Augsburg. Nach einer erfolgreichen Titelverteidigung qualifizierte sich der SSV Ulm 1846 erneut für die Aufstiegsrunde. Ulm traf auf den 1. FC Saarbrücken, den VfH Uli Büstat und die SPVGG Unterhaching. Das entscheidende Spiel im Ulmer Donau-Stadion gegen Unterhaching wurde durch ein Tor von Dieter Kohn-Limit 1 zu 0 gewonnen, so dass Ulm in der Saison 1983-84 erneut zweitklassig war. Im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg belegte man Platz 13. 1984-85 startete der SSV recht gut in die Saison und lag im Tabellenmittelfeld. Dem 3 zu 2 Sieg gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg im November folgten jedoch 23 Spiele ohne Sieg, so dass die Ulmer am Ende der Saison mit lediglich 22.54 Punkten als Tabellenletzter wieder abstiegen. Bereits ein Jahr darauf gelang den Spatzen der direkte Wiederaufstieg. Nach zwei Jahren in der 2. Liga stieg man 1988 abermals in die Oberliga Baden-Württemberg ab. Dort belegte man in der Spielzeit 1988-89. lediglich Rang 7. 1990 drohte der Verein sogar in die viertklassige Verbandsliga Württemberg abzurutschen. Er reichte am Saisonende jedoch mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang Platz 13. Nach einem siebten Platz im nächsten sowie der Wietzen-Meisterschaft im übernächsten Jahr gelang dem SSV Ulm 1846 in der Saison 1992-93 wieder die Oberliga-Meisterschaft. In der Aufstiegsrunde reichte es dann wieder einmal nicht zum Sprung in die 2. Bundesliga. Gleich zu Beginn sahen 20.000 Zuschauer ein 0 zu 2 gegen den TSV 1860 München, was schon so etwas wie eine Vorentscheidung war. Es folgten Siege in Norderstedt und Offenbach zu Hause, dann aber nur unentschieden. Zum Schluss fehlte ein Siegtreffer beim 1 zu 1 in München gegen die 60er, um tatsächlich aufzusteigen. Die Saison 1993-94 ähnelte der vorangegangenen. Nach der Oberliga-Meisterschaft der Ulmer Mark Arnold wurde mit 24 Treffern Torschützenkönig belegte man in der Aufstiegsrunde nach Niederlagen. Gegen Eintracht Trier, Kickersämten und beim FSV Frankfurt nur Platz 2. Durchmarsch in die Bundesliga und tiefer Fall nach dem Scheitern in der Aufstiegsrunde spielte man von 1994 an in der als neuem Unterbau zur 2. Bundesliga gegründeten Regionalliga Süd und belegte in den kommenden vier Spielzeiten stets vordere Plätze. 1996 gewann der SSV Ulm 1846 durch ein 2 zu 1 gegen den VfR Mannheim im heimischen Donaustadion die deutsche Amateurmeisterschaft. 1997-98 wurde die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Ralf Rangnickmeister der Regionalliga Süd und schaffte über die 2. Liga anschließend den direkten Durchmarsch in die Bundesliga. Der Verein startete in die Zweitligasaison 1998-99 in der Rolle des Abstiegskandidaten. Doch die Ulmer Spatzen schafften nicht nur das vorgegebene Saisonziel, den Klassenerhalt. Sie bewerkstelligten den für unmöglich gehaltenen Aufstieg als Tabellendritter hinter Arminia Bielefeld und der SPVGG Unterhaching. Damit gelang dem Verein zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte der Einzug ins Oberhaus. Aus der Bundesliga musste sich der Verein allerdings nach nur einjähriger Zugehörigkeit im Jahr 2000 wieder verabschieden, wenn auch am Ende recht. Unglücklich. Zehn Spieltage vor Schluss schienen die Spatzen nach einem überraschenden 2-1-Auswärtssieg beim Tabellendritten Hamburger SV der Abstiegszone schon entronnen. Ulm wies nach 24 Spieltagen als Tabellenzwölfter 30 Punkte auf und war damit der UEFA-Pokalzone näher als den Abstiegsrängen. Der Tabellen 16. Eintracht Frankfurt auf dem ersten Abstiegsplatz lag zu diesem Zeitpunkt 8 Punkte zurück. Doch es folgte am 18. März 2001 eine 1 zu 9 Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen, damit begann der Niedergang. In den letzten zehn Saisonspielen gelang den Schwarz-Weißen im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit dem 2 zu 0 am vorletzten Spieltag nur noch ein Sieg. Sowie zwei Remis. Eintracht Frankfurt unter Trainer Felix Magath hatte aufgeholt und den SSV 1846 hinter sich gelassen. Am letzten Spieltag musste Ulm beim direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt antreten, wo man allerdings nur durch einen Sieg eine Chance auf den Klassenerhalt gehabt hätte und dies auch nur, weil die Frankfurter zuvor mit einem Punktabzug des DFB bestraft worden waren. Obwohl man zwischenzeitlich hatte ausgleichen können, verlor Ulm mit 1 zu 2 durch einen von Horst Held geschossenen Elfmeter in der 90 Minute. Minute. Mit 35 Zählern nach 34 Spieltagen musste der SSV Ulm 1846 als Tabellen-16. absteigen. Rund 15.000 Dauerkarten verkaufte der SSV 1846 in der Bundesliga-Saison an seine Fans. Welche für einen Zuschauerschnitt von 21.500 Besuchern im zur Bundesliga-Zeit mit Hilfe von mobilen Zusatztribünen auf 23.500 Plätze ausgebauten Donaustadion sorgten. Da die Ulmer Mannschaft in der folgenden Saison 2001 auch den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verpasste und die Lizenz für die Regionalliga verweigert wurde, folgte 2001 der Absturz in die Viertklassigkeit. Da wegen der Insolvenz des Vereins die erste Mannschaft gemäß den Statuten des Verbandes als automatischer Absteiger der Oberliga festgestanden hätte, trat nur die zweite Mannschaft die fortan als 1. Mannschaft fungierte in der Verbandsliga Württemberg an. Konsolidierung und erneute Insolvenz der SSV Ulm 1846 wurde in der folgenden Saison als Fünfligist der niederklassigste Verein, der je im DFB-Pokal noch dazu gegen einen Erstligisten ein Spiel gewinnen konnte. Nach dem Zwangsabstieg in die Verbandsliga Württemberg 2001 war man als Absteiger aus der 2. Bundesliga trotzdem im DFB-Pokal spielberechtigt. Mit einem 2-1-Sieg gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg am 26. August 2001 schaffte der Verein die Sensation und den Einzug in die 2. Pokalrunde, in der Mann jedoch gegen den damaligen Zweitligisten 1. FC Union Berlin mit 0 zu 3 ausschied. Die junge Mannschaft wurde souverän Tabellenzweiter, auch dank der erfahrenen Dragant Hulja und Janusz Gora, die vom jungen 21-fachen Saisontorschützen Unaldemir Kiran unterstützt wurden. Im direkten Vergleich mit dem badischen Verbandsligisten SV Links gelang den Ullmann schließlich über das Relegationsspiel der Aufstieg in die Oberliga. Baden-Württemberg Nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga wurde der Aufstieg in die drittklassige Regionalliga Süd jedes Jahr knapp verpasst. 2008 schaffte man als zweite von vier Mannschaften den Aufstieg in die neu gestaltete, nur noch viertklassige, dreigleisige Regionalliga. Bereits drei Spieltage vor Ende der Saison qualifizierten sich die Ulmer als erste Mannschaft der Oberliga Baden-Württemberg für die neu gegliederte Regionalliga Süd. Sie belegten am Ende Rang 2 hinter dem SC Freiburg 2. 2006 und 2007 erreichte der SSV Ulm 1846 auch zweimal in Folge das Endspiel um den Württembergischen Verbandspokal, dessen Sieger sich automatisch für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. In der Saison 2005-06 verlor die Mannschaft gegen den höherklassigen Regionalligisten Stuttgarter Kickers mit 6 zu 7 im Elfmeterschießen und in der darauf folgenden Saison 2006-07 gegen den Oberliga mit Konkurrenten Normania Schwäbisch Gmünd mit 1 zu 2. Am 3. Juni 2008 wurde Trainer Paul Sauter trotz des Aufstiegs in die Regionalliga entlassen. Grund dafür waren unterschiedliche Erwartungen bezüglich der angestrebten Tabellenziele in der neuen Saison 2008-09. Nachfolger wurde Markus Gisdell, der bis November 2007 den ehemaligen Oberliga-Konkurrenten SG Sonnenhof Großsassbach trainiert hatte. Am 12. Juni 2008 wurde die Geschäftsstelle von der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes und der Steuerfahndung durchsucht. Grund war der Verdacht des Betrugs, des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und der Steuerhinterziehung. Auch bestand der Verdacht, dass Fußballspieler in den zurückliegenden Jahren arbeitslos bzw. als nur geringfügig beschäftigt gemeldet waren, obwohl sie einer Vollzeitbeschäftigung als Fußballspieler nachgingen. Die Ermittlungen richteten sich gegen ehemalige Funktionäre und Mitarbeiter sowie Spieler des Vereins. Stand Dezember 2010 wurden von den 32 Einzelverfahren 16 eingestellt. Zehn Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Gegen zwei ehemalige Spieler wurde Anklage erhoben und gegen vier Spieler wurden Strafbefehle erlassen. In der Regionalliga-Saison 2008-09 gelang dem SSV 1846 am 8. Spieltag als einzig ungeschlagenem Team erstmals der Sprung an die Tabellenspitze, die allerdings am 9. Spieltag mit einer Niederlage gegen den SC Pfohlendorf wieder abgegeben werden musste. In den restlichen Partien der Hinrunde gelang den Ullmann nur ein Sieg bei sechs Unentschieden und einer Niederlage, sodass am Ende der Halbserie der sieben Tabellenplatz erreicht wurde. In der Rückrunde erkämpfte sich die Mannschaft 26 Zähler, einer weniger als in der Hinrunde, sodass am Ende der Serie der sieben Rang erreicht wurde. Während der Saison trennte sich die Fußballabteilung des SSV Ulm im März 2009 vom Sportverein und gründete einen eigenen Fußballverein, den SSV Ulm 1846 Fußball. Nach nur einer Saison gab Markus Gistel bekannt, in der folgenden Spielzeit die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim in der Oberliga Baden-Württemberg zu übernehmen. Neuer Trainer wurde Manfred Paula, der zuvor den Bayern-Ligisten TSV Eindling trainiert hatte. Dieser gab sein Amt aufgrund des ausbleibenden Erfolgs jedoch bereits nach acht Spieltagen wieder auf und wurde durch Ralf Becker ersetzt, der seinen ersten Cheftrainerposten antrat. Vier Spiele des SSV 1846 in der Endphase der Regionalliga-Saison 2008-09 stehen unter Manipulationsverdacht. Am 27. November 2009 hat der Verein im Zusammenhang mit dem Wettskandal den kroatischen Spielern Davor Kraljevic, Mario Marinovic und Dinko Ratjevic die Kündigung ausgesprochen. SSV Ulm 1846 Fußball setzte aufgrund der angespannten finanziellen Situation, die den neu gegründeten Klub begleitete. Im Sommer 2010 auf eine Verjüngung der Mannschaft. Da sich die Zuschauerzahlen nicht wie erwünscht entwickelten und aus der Region kein Partner für eine größere Unterstützung gewonnen wurde, musste der Verein Ende November des Jahres Insolvenz anmelden. Kurz darauf gab Trainer Becker seinen Rücktritt bekannt und vereinbarte mit dem Insolvenzverwalter eine Auflösung des Trainervertrages zum Jahresende. Daraufhin übernahm der bisherige Assistenztrainer Janusz Gora das Amt. Zum Jahresbeginn 2011 wurde vor dem Amtsgericht Ulm das Insolvenzverfahren gegen den Verein eröffnet. Damit stand der SSV Ulm 1846 Fußball vorzeitig als Absteiger aus der Regionalliga Südfest. Am 16. Juni 2011 stimmten die Gläubiger einstimmig für den Insolvenzplan. Es wurde bei Gesamtforderungen von über einer Million Euro ein symbolischer Gesamtbetrag von 1846 Euro ausbezahlt, was einer Auszahlungsquote von 0,16 Prozent entspricht. Somit war der weitere Weg für den Verein geebnet, schuldenfrei in die Saison 2011 Zwölftel zu starten. Auf der Mitgliederversammlung vom 28. Juni 2011 wurde schließlich der zuvor bereits von Insolvenzverwalter Martin Hörmann als Generalbevollmächtigter eingesetzte Paul Sauter ohne Gegenstimmen zum Präsidenten gewählt. Sauter war früher Spieler und bereits dreimal Trainer des Vereins gewesen. Er informierte die Mitglieder über die erneuerten Strukturen, wie beispielsweise der Abschaffung des Aufsichtsrats, und rief für die Zukunft einen radikalen Sparkurs aus. Zusätzlich zu seinem Amt als Präsident wurde Sauter auch zum nunmehr vierten Mal Trainer der Mannschaft für die Saison 2011 Zwölftel. Am 2. Februar 2012 gaben Paul Sauter als Präsident des SSV Ulm 1846 Fußball und Wilhelm Götz als Präsident des SSV Ulm 1846 auf einer Pressekonferenz in Ulm bekannt. Eine Lösung für den zuvor rund einjährigen Streit um das Logo der Fußballer gefunden zu haben. Dieser Streit war im Zuge der Insolvenz des SSV Ulm 1846 Fußball entstanden. Nachdem einige Mitglieder und Abteilungsleiter des Sportvereins bezüglich des Logos eine deutliche Abgrenzung zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem SSV Ulm 1846 Fußball gefordert hatten. Ein Kompromiss wurde erzielt, indem man sich darauf einigte, für die Fußballer den Schriftzug Fußball im Logo zu integrieren und somit nur eine winzige Änderung vorzunehmen. In die Oberligasaison 2011 Zwölftel startete der SSV Ulm 1846 Fußball mit kleinem Budget und großer Unsicherheit. Schließlich war eine neue Mannschaft aufgebaut worden, alles unter der Prämisse des radikalen Sparkurses nach der zweiten Insolvenz. Der Verein verlor nur drei Partien in der Saison. Als einzige aller 17 Oberligamannschaften blieben die Spatzen, die am 29. Spieltag nach dem 3-1 Heimsieg gegen die SPV GG Necker-LC erstmals die Tabellenführung übernahmen, im eigenen Stadion ungeschlagen. So dass am Ende der Saison der erste Platz im baden-württembergischen Oberhaus mit neun Punkten Vorsprung vor dem starken Aufsteiger VFR Mannheim feststand. Nach der Oberligameisterschaft tat Präsident Sauter von seinem Posten als Cheftrainer zurück und übergab diesen an seinen bisherigen Co-Trainer Stefan Bayerl. Nach einem gelungenen Start in die Saison 2012 Dreizehntel und einem Platz in der Spitzengruppe der Regionalliga rutschte die Mannschaft im Oktober und November 2012 auf Platz 10 ab. Mit lediglich zwei Punkten aus sechs Spielen. Daraufhin wurde Trainer Bayerl freigestellt und sein Vorgänger Sauter übernahm wieder den Posten als Cheftrainer. Hauptsächlich aufgrund hoher Spielergehälter beliefen sich im Mai 2014 die Finanzverbindlichkeiten auf 420.000 Euro und der Verein musste zum dritten Mal Insolvenz anmelden. In der darauf folgenden Spielzeit 2015-2016 gelang dem SSV Ulm 1846 Fußball dann unter Trainer Stefan Bayerl in der Oberliga Baden-Württemberg der erneute Gewinn der Meisterschaft und der damit verbundene direkte Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Namen und Zahlen Meisterschaftserfolge deutscher Fußball-Amateur-Meister 1996 Meister der Regionalliga Süd 1998 Meister der Oberliga Baden-Württemberg 1979 1982 1983 1983 1986 1993 1994 2012 2016 Pokalerfolge WFV Pokalsieger 1949 1957 1982 1982 1983 1983 1982 1990 1994 1995 1995 1997 WFV Pokalfinalist 1976 2006 2007 DFB Pokal Viertelfinale 1981 1981 1982 82 Achtelfinale 1978 79 79 1985 86 1986 1997 98 1998 1999 2000 2000 2001 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 9 8 9 8 8 8 9 9 9 10 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 oder beim SSV Ulm 1846 begann und später bedeutende Erfolge feierten. Die Spieler sind chronologisch anhand der Vereinszugehörigkeit sortiert. Höchster Sieg 13 zu 0 gegen SGV Freiberg am 13. August 2005 Oberliga Baden-Württemberg 9 zu 0 gegen TSG 1899 Hoffenheim 2 am 28. April 2006 Oberliga Baden-Württemberg 7 zu 0 gegen SV Kickers Pforzheim am 6. April 2015 Oberliga Baden-Württemberg 7 zu 0 gegen BV 08 Lüttringhausen am 11. Februar 1984 Bundesliga 7 zu 1 gegen FC 08 Willingen am 7. Dezember 2002 Oberliga Baden-Württemberg Höchste Niederlage 0 zu 8 gegen die Stuttgarter Kickers am 14. November 1987 Bundesliga 1 zu 9 gegen Bayer 04 Leverkusen am 18. März 2000 Bundesliga 2. Fußballmannschaft 2004 gründeten die Spatzenfußballer wieder eine offizielle zweite Mannschaft neben ihrer ersten, die schon damals in der Oberliga Baden-Württemberg antrat. Aufgrund der Neugründung musste man in der niedrigsten Klasse im württembergischen Fußballbezirk Donau-Iller der Kreisliga B starten. Nach drei Aufstiegen in Folge spielte der SSV Ulm 1846-2 in der Saison 2007-08 in der württembergischen Landesliga Staffel 2, wo man nach einem 4. Platz in der ersten Saison 2008-09-11 Platz erreichte und lange um den Klassenerhalt kämpfen musste. 2011 stieg die Mannschaft jedoch aus der württembergischen Landesliga Staffel 2 in die Bezirksliga Donau-Iller ab. Am Ende der Saison 2012-13 schaffte der SSV Ulm 1846-2 freilich wieder die Rückkehr in die Landesliga Staffel 2 innerhalb des württembergischen Fußballverbands. Mit 96 zu 28 Toren und 73 Punkten wurden die kleinen Spatzen Titelträger der Bezirksliga Donau-Iller vor dem punktgleichen Tabellenzweiten und Stadtnachbarn SV Grimmelfingen, der es auf ein Torverhältnis von 89 zu 40 brachte. 2014 musste man aus der Landes in die Bezirksliga absteigen. Fans Seit der Ende der 1990er Jahre gibt es eine offizielle Fanfreundschaft der Spatzenanhänger mit Fans von Rot-Weiß Oberhausen. Der größte Ulmer Rivale ist der SSV Reutlingen, doch auch Anhänger des VfB Stuttgart sind in Ulm äußerst ungern gesehen. Ebenfalls als brisant ist das Verhältnis zur Fanszene der Stuttgarter Kickers und des 1. FC Heidenheim zu bezeichnen.